Ganz neu, ganz neu. Ja, und wie ich gesagt habe, ne, Ronny hat sogar die Klingel abgestellt, damit er das ja nicht hört, wenn ich klingel. Ich weiß natürlich auch warum, aber die wissen nicht, warum ich das erzähle. Und die blicken da eh nichts. Ob das der N ist oder der Ronny ist, sind beide bekloppt wie Koteletts.